Musik Ein kleines Dorf in Böhmen. Maries Eltern wollen, dass ihre Tochter eine gute Partie macht und schalten den Heiratsvermittler Ketzal ein. Marie hat sich aber schon heimlich mit ihrer großen Liebe dem Zirkusarbeiter Hans verlobt. Musik Während sie sich alle Mühe gibt, Wenzel, ihren unerwünschten Bewerber, zu verschrecken, tut Hans das Undenkbare. Er unterschreibt einen Vertrag, in dem er seine Verlobte für bares Geld verkauft. Marie ist am Boden zerstört. Wenn da nicht das Kleingedruckte wäre. Musik Smetana bette die Geschichte in Klänge voller Lebenslust und voller Melancholie. Musik Böhmisches Kolorit, mitreißende Chöre, schwungvolle Tänze und ergreifende Arien vereinen sich in diesem Meisterwerk heiterer Opernkunst. Musik Und wenn die verkaufte Braut am Ende heiratet, ist es vielleicht beides. Die große Liebe und eine gute Partie. Musik Die verkaufte Braut, die verkaufte Braut Musik Musik Die verkaufte Braut, die verkaufte Braut am Ende. Musik 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 Musik